Hallo an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, beziehungsweise Mittag, wie auch immer. Ja, heute wieder auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal von 13 bis 16 Uhr Livestream mit World of Warships vorerst und mal gucken, was wir da vielleicht sonst noch machen. Gut, also wenn ihr Lust habt, wie gesagt, heute von 13 bis 16 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, Link unten in der Beschreibung oder oben rechts im Banner. Also wir sehen uns, bis dann, euer Ben Hoshi.